Die Stadt Langenberg ist ein Kleinod und eine schöne Stadt, die man unbedingt mindestens einmal im Jahr besuchen sollte. Um den Langenberger Sender gibt es sehr viele schöne Wanderwege. Hier sind noch alte Sturmschäden zu sehen. Ein Hochstand zur Beobachtung des Geschehens im Walde am Langenberger Sender. Ein über zig Jahre verrotteter Baumstamm. Ein kleines Wasserauffangbecken. Der Aussichtsturm Bismarck-Turm genannt. Ein Blick vom Bismarck-Turm rund um Langenberg. Langenberg. Am Sender des WDR der Bismarck-Turm. Blick vom Bismarck-Turm auf die schöne Stadt Langenberg. Langenberg. Der Bismarck-Turm in seiner vollen Größe. Der 301 Meter hohe Sendemast vom WDR. Langenberg. 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 Gitarren. otroere Wind tower. Wenn dueszst, Ü roots. TREY. хл люблю. Wir tro up und sind für uns begele visz. Das altehrwürdige Forsthaus am Sender, das wir 1957 zum ersten Mal besucht haben. Ich konnte nicht feststellen, ob das Forsthaus noch bewirtschaftet wird, da keine Stühle mehr draußen sind und keine Zeiten angegeben wurden. Dies ist der kleinere Sendemast oben auf dem Langenberger Berg. 301 Meter hoch ist dieser Sendemast in Langenberg vom Wettbewerb. Ein alter Baumstumpf, der vor sich hin verrottet. Vielen Dank.